Was keine Zeitverschwendung ist, dass ich meine Zuhörer im Vorhinein gefragt habe, was sie dir denn für Fragen stellen wollen, weil die Gelegenheit ergibt sich und ich habe drei Fragen aufgegriffen, die auch ganz gut jetzt in unseren Kontext passen. Die Rubrik heißt, was ich schon immer einmal fragen wollte und ich lege mal los mit Nils. Herr Müller, was ich sich schon immer einmal fragen wollte, wie soll man bei einer TER, das ist die Gesamtkostenquote beim Investment, so viel als Nebeninfo, also wie soll man bei einer TER von knapp zwei Prozent in ihrem Fonds langfristig Geld verdienen? Passive Anlagen wie ETFs kosten gerade mal 0,1 bis 0,3 Prozent. Also erstens haben wir keine TER von zwei, sondern wir haben eine TER von 1,6. Aber das ist normal für einen gemanagten Fonds. TER heißt die Gesamtkostenquote, was ein Fonds an Verwaltungsgebühr, Managementgebühr und so weiter hat. Eins vorweg ganz klar, wenn ich mein Auto selbst repariere, mein Auto ist kaputt und ich hole mir die Ersatzteile und setze mich am Samstag am Straßenrand hin und schraube mir das Ding selber zusammen, dann ist das kostengünstig. Wenn ich in die Werkstatt fahre und lasse das jemand für mich machen, ist das teurer. Im Zweifel ist es aber besser gemacht. So, das heißt ein Fonds, der gemanagt ist, bei dem Leute hinten dran sind, die sehr, sehr viel Zeit und Aufwand mit dabei verwenden, ein ganzes Team hinten dran ist, das kannst du nicht umsonst machen, sondern das wird immer Geld kosten, vollkommen klar. Und das sind 1,6 Prozent. Die Quote, die wir haben, ist relativ niedrig im Vergleich zu vergleichbaren anderen Fonds. Noch dazu, da wir keine Performance-Fee wehemen, das heißt, also wenn es gut läuft, greifen andere gerne nochmal extra zu, machen wir nichts und sagen, das geht alles dann an den Anlegern. Was den ETF angeht, die ETFs, die haben tatsächlich eine niedrige Kostenquote, sind zwischen 0,1, 0,3, 0,5 Prozent, je nachdem, was ich für einen habe. Ich spare mir also 1, 1,2 Prozent pro Jahr, spare ich mir. Easy as that. Das Problem ist, ETFs sind dummes Geld, muss man so sagen, es ist dummes Geld, das völlig unüberlegt in den Gesamtmarkt investiert. Was wir im Fonds machen, wir investieren in die 30, 40 aus unserer Sicht besten Unternehmen der Welt. Dazu machen wir sehr, sehr intensive Analysen, suchen uns die Marktführer mit allen möglichen Details, warum das beste Unternehmen für uns sind. In die investieren wir. Wenn ich jetzt einen ETF auf den DAX kaufe, das heißt, ich mache eine Wette auf den DAX, ob der steigt oder fällt, bin also in alle 30 Werte des DAX investiert. Sind die 30 Unternehmen, die im DAX sind, tatsächlich die 30 besten Unternehmen der Welt? Da habe ich eine Deutsche Bank drin, da habe ich eine ThyssenKrupp drin, da habe ich eine Lufthansa drin. Also verdammt, ich finde dann bessere Aktien auf der Welt als Lufthansa, Deutsche Bank und ThyssenKrupp. Aber ich bin da investiert, weil es ist halt im DAX. Das heißt, ich habe einen Haufen Luschen drin und die waren vielleicht vor 20 Jahren mal gute Unternehmen, aber heute nicht mehr. Das meine ich mit dummes Geld, es wird einfach irgendwo investiert, mir ganz egal, irgendwas kaufe ich. Das ist so lange kein Problem, solange die Märkte alle nur steigen. Nein, der ETF wird immer genauso steigen wie der Markt, aber wir sagten, dass der Markt richtig ist, dass der Markt gut ist. Ich kann doch viel besser abschneiden als der Markt, wenn ich bessere Unternehmen habe und tatsächlich, wir sind besser als der Markt, davon mal ganz ab. Ein ETF hat dieses Jahr, ein ETF auf unseren Index, etwa 6,5% verloren. Unser Fonds hat in diesem Jahr 9,7% gewonnen. Jetzt kann er sich mal ausrechnen, der Nils, wie viel Jahre Gebühren er sparen kann, nur um die Differenz, die wir dieses Jahr mehr erwirtschaftet haben, als der Vergleichsindex reinzuholen. Dazu kommt, dass ein gemanagter Fonds wie bei uns Absicherungen machen kann, wir tun das. Das bedeutet, in der Phase, wie wir jetzt sind, sichern wir das Depot ab. Bedeutet, der Markt raucht nach unten weg, wir verlieren nichts, so gut wie nichts. Im Gegenteil, teilweise steigen wir sogar gegen den Markt. Ein ETF, dummes Geld, macht genau das, was der Markt macht, 1 zu 1. Wenn der Markt sich halbiert, so wie 2008 oder 75% wie im Jahr 2000, dann ist er mit seinem ETF 50 oder 75% seines Geldes los. Bei uns nichts. Wenn ich jetzt 50% meines Geldes los bin, kann ich mir überlegen, wie viele Jahre Gebühren ich bezahlen kann, bis ich das wieder raus habe. Solange es nur steigt, ist der ETF eine einfache Geschichte. Da bin ich vielleicht nur wie der Markt, ich könnte besser sein, aber das reicht mir, ist ja alles gut, dann spare ich mir die Gebühren, ist das wunderbar. Und wenn ich einen Fonds nehme, wie ganz, ganz viele Fonds, und da muss ich ihm sehr, sehr recht geben, sehr viele Fonds machen genau das. Sie bauen einfach nur den Index nach und haben zusätzlich noch die Gebühren. Da macht es wirklich keinen Sinn, da kann ich auch gleich einen ETF nehmen, da hat er vollkommen recht. Aber wir machen es bewusst anders, wie viele andere Fonds, die sich trauen, es anders zu machen, selbst zu denken, eben nicht dumm zu investieren, sondern intelligent zu denken und sich Analysen zu machen und sich vom Markt zu lösen. Die haben eine sehr, sehr große Chance, besser zu sein als der Markt und die Analysen, die Statistiken und die wissenschaftlichen Untersuchungen, ich habe da eine Studie von Warburg dazu, die zeigen, dass die, die sich vom Markt lösen und es eigengeneriert machen, die Abweichungen nach oben viel, viel stärker und viel, viel häufiger sind als die, die tatsächlich dann schlechter sind als der Markt. Also von daher, ein aktiver, selbstdenkender Fonds kann sehr viel besser sein als der Gesamtmarkt und vor allem, er kann das Risiko begrenzen, was ein ETF nicht kann. Und ich bin auf die Tränen der Leute gespannt, die jetzt so in die ETFs getrieben werden, von vielen Journalisten, die genauso denken, sagen, ist eigentlich Quatsch, kein Fonds schlägt seine Benchmark. Wir haben sie geschlagen, wir haben unseren Vergleichsindex dieses Jahr geschlagen, wir haben es auf die gesamte Laufzeit, seien es uns gibt, geschlagen und wir haben auch auf Sparplanbasis, wir haben es auf allen Ebenen geschlagen. Da kann keiner sagen, das gibt es nicht. Also die Antwort, warum er bei uns investieren sollte, ist gegeben, aber auch da, ich möchte gar niemanden bei uns drin haben, das ist etwas, was für mich vollkommen klar ist. Ich möchte niemanden im Fonds haben, der nicht wirklich nachvollzieht, was wir tun, der sich nicht schlau macht, der nicht genau guckt, welche Strategie fahren wir, passt die zu ihm, will er das so haben. Mit den Absicherungsstrategien und allem, was wir machen. Und wenn einer sagt, Müller, ich mache das, weil du machst das schon, sage ich, dich will ich nicht dabei haben. Entweder verstehst du, was wir tun, bist überzeugt davon und willst das so haben, dann herzlich willkommen, ansonsten such dir was anderes. Und so halte ich es auch. Schöne Grüße an Nils nach Berlin.